Was für ein Hohensohn, ich schwöre. Bitte, was für ein Hohensohn. Der wollte, dass ich diesen Formularen dreimal fülle. Ich schwöre, dreimal füllen. Eine Formulare. Ich schwöre, ich habe alle geschrieben. Ich habe dreimal geschrieben, Seineb. Ich habe alles gemacht. Und dann hat er gesagt, du musst in drittes Stock gehen. Drittes Stock hat gesagt, du musst fünftes Stock gehen. Ich war fünftes Stock gewesen, der hat gesagt, ich muss in den ersten Stock gehen. Er hat in den ersten Stock wieder gesagt, ich muss in den dritten Stock gehen. Hier habe ich ein paar Formularen, ich muss runter in den Erdgeschoss gehen. Ich war in den Erdgeschoss gewesen. Der hat gesagt, ich muss wieder in den fünftes Stock gehen. Ich schwöre, ich bin im Marathon gelaufen. Ich schwöre, Marathon. Geh mal bitte nach Hause. Komm mal klar. Und dann hat er gesagt, ich kriege weniger Para. Bitte, warum kriege ich weniger Geld auf einmal? Ich habe immer so viel gekriegt. Ich habe Kollegen, ich schwöre, er hat zwei Beine weniger. Er hat keine Beine. Und ich schwöre, diese Kollegen kriegen mehr Geld als ich. Bitte? In was für einem System leben wir bitteschön? Er hat zwei Beine weniger und bekommt mehr Para? Geh mal bitte nach Hause. Komm mal klar auf diese hohen Sohn vom Jobcenter. Tschüss.